hallo youtuber hallo zuschauer meine einer kommt aus den 60ern das sind die sogenannten filme serien unterhaltungsprogramme ab den 60ern so ab den 60ern kenne ich halt tv so niederhagen wohlbehagen hat irgendwann mal gesungen ich glatz tv auf eine art haben wir ja auch konsumiert nicht geglotzt ich hatte das große vergnügen auch fernsehen in den 60ern erinnerung an lebenshilfe ja lebenshilfe und wie die alle geheißen haben ja raumkreuzer orion ja ich meine das hat man uns gezeigt ich hoffe man kann es sehen hallöchen ich komme so die corona aktion die corona aktion ist für mich das schrägste was ich durchmachen musste seitdem ich hier auf diesem planeten wandel und das über 60 jahre punkt doppelpunkt so einfach ist es nicht weil wir müssen halt arbeiten wir müssen halt einen klaren kopf behalten klare gedanken fassen weil der kunde ja immer etwas haben möchte gerade sagte auch ein kunde in seiner sprache dass der mann seinen ausweis vergessen und komischerweise hatte sie den ausweis von ihrem mann also verstanden habe ich es nicht ich habe nicht verstanden was sie wollte keine ahnung egal wird ja sicherlich irgendwann wieder kommen so in der heutigen zeit müssen wir auf alles gefasst sein das ist halt so und corona ist schon merkwürdig was mir fehlt unter corona ist das lächeln ich lächle jetzt und ihr seht kein lächeln kein lächeln das ist das einzige das lachen und das lächeln ist durch corona abhanden gekommen und wer wirklich tatsächlich sich hingesetzt hat und vom 18 bis 2000 sich das angesehen hat was so nach 1800 gemacht worden ist auch die freigabe von der industrie und dann die leute die wirklich drauf hatten nicht nur 300 IQ hatten die dann mit über 40 dann verstorben weil sie hatten zwar 300 IQ also waren die schlauesten die man ja kennenlernen konnte waren aber die einsamsten die gelebt haben so und die die halten IQ von 100 bis 150 60 70 ja sag ich jetzt mal IQ von 100 bis 200 gerade knapp haben die werden gefeiert wie einstein der nur eine theorie wirklich tatsächlich und die werden der vinci da vinci war ein kluber mann der hat ja wirklich gutes erfunden in seinem jahrhundert ja die sind gefeiert worden und wenn man andere noch sieht die auch gefeiert wurden wie luther mit seinen seht ihr ich habe recht der luther ist ja auch gefeiert worden mit seinen aborten er saß auf den aborten hat da so einen richtigen schiss abgelassen und war am schreiben das müssen wir mal vorstellen der war auf der toilette wenn ich das mal so sagen darf er war auf den aborten hat also geschrieben und hat sein pamphlet sozusagen an die tür genagelt und daraus ist die luther leere entstanden was sagt uns das ein guter schiss kann auch heilende kräfte haben also ihr seid da auf den aborten macht euer geschäft und dann schießen euch die gedanken und die bringt ja auch noch zu papier ok möchte mir möge mir nach möge mir also verziehen sein dass ich jetzt diese worte so gewählt so ich stelle halt fest dass hier was nicht stimmt das ist halt so auch wenn ich die freiheitsboten die querdenkenden mehr anhören wenn ich sehe dass so eine kleine greta da rum singt und den hohen herrn und damen was zu sagen haben im mikrofon sagt das hat sie wirklich getan und sie hat sich echauffiert und finde das schon hochgradig interessant nur sie ist ja auch getestet worden und man hat festgestellt da ist nicht so ein hoher eq genauso wenig wie bei paris hilton also so sie also reiche kinder und diese reichen kinder wollen die welt retten komischerweise und die die wirklich die welt retten ja das ist ein junger mann und der rettet wirklich weil er nämlich etwas erfunden hat ein schiff eine rolle und dieses schiff mit dieser rolle holt den ganzen morass also das ganze plastik was in den ozean ist an bord und die verarbeiten es so von dem hört man nichts von dem sieht man nichts aber den gibt es und er hat diese rolle erfunden so es gibt auch ein junger mann auch wie damals auch 23 der dieses auto erfunden der dann aber niedergestreckt wurde in den 70ern und dieses wie gesagt ist niemals auf den markt gekommen er hatte das natürlich gebaut einige erfinder haben ja tolle autos gebaut die es halt heute noch gibt aber nicht für die masse weil die masse das nicht möchte also die masse wird es kaufen glaubt doch also das erste e-auto der erste scooter der erste roller im betrieb und was weiß ich nicht alles es gab auch wipp geräte wo man gewippt hat und dann fuhr das gute stück also es gab alles schon so mit der erfindung des rades fing ja auch alles an ja und wenn man sich das ganze mal anschaut und liest aber ich hoffe dass jetzt das stimmt was man da liest ist ja schon vor sieben tausend jahren etwas erfunden worden und wenn man hört und sieht und wenn das auch vorgestellt wird von leuten im zweiten deutschen fernsehen ja der herr laschet der da auf den weg bringt die amphore einer batterie das war in einer amphore und darin war die erste batterie also die erste batterie die jetzt in unserem jahrtausend die da aufgetreten ist man hat nachgebaut und es hat funktioniert so es gab auch batterien aus kartoffeln ja und wer das kennt von euch und das ausprobiert funktioniert so also es funktioniert ja eine menge ja so ich als ich sage es in dieser laufenden kammer ich brauche das alles nicht ich weiß dass es geht ich weiß dass es funktioniert aber ich brauche es ja nicht ja ich lebe noch lebe ich hier in einem wohlstand dieser wohlstand generiert uns halt dass das so ist wie es ist und weil das so ist wird es auch so bleiben wenn ich wirklich tatsächlich zeit habe klappt meistens dann das auch was ich mir vorgenommen habe aber meine zeit reicht nicht aus das ist mir aufgefallen weil manchmal muss man sich wirklich zeit nehmen um irgendetwas zu machen zum beispiel bin 11 bin 11 kann man nicht mal eben so also wenn man nicht die maschinerie hat die vorgeschrieben ist und wenn man das teil was man kaufen könnte nicht bekommt für das motherboard punkt so wenn man das nicht bekommt dann geht es nicht dann klappt es nicht da können wir machen was wir wollen und ja wenn es nicht geht geht es nicht punkt man kann sich jetzt bemühen ich habe welche engagiert die sich bemühen wollen aber auch genauso wenig zeit wie ich und somit wird wohl das alles nicht also jetzt kriege ich gelobt